Dass ich hier, ja wie soll ich sagen, dass ich hier einfach mit zugekniffenen Augen spielen muss und ihr effektiv im Video auch nichts seht, was ich mache. Das ist selbstverständlich, dass da hier jetzt nicht unbedingt viel passiert, weil ich hier jetzt nur ein paar Nettersteine abbaue. Aber um ehrlich zu sein, wir könnten mal ein wirklich schönes Nettersteingebäude machen. Und nicht nur ein bisschen, sondern schon was Großes, also ein richtig schönes, großes Gebäude. Und dekorativ ist sowas natürlich auch, ja, um ehrlich zu sein, man könnte, nee, das sieht blöd aus. Aber auch in der Spalte könnte man mal Nettersteine oder Netterziegel hernehmen, um einen schönen Raum darzustellen wieder. Und für das brauchen wir halt mal ein bisschen Vorrat. Deswegen produzieren wir ein bisschen Vorrat, wieso nicht? Ist ja nicht verkehrt. Ich, wirklich nicht. Wirklich, wirklich, wirklich nicht. So, und dann Themen, über die wir uns natürlich unterhalten könnten währenddessen, weil jetzt einfach ich nur und schnöde abbauen. Das kann sich natürlich um Stunden handeln, weil ich kann mich bei sowas eigentlich immer relativ gut entspannen. Vor allem, wenn der Tag mal nicht so gelaufen ist, wie er laufen hätte sollen. Oder, ja, wenn momentan die Grundlage ein bisschen schlechter ist, mag ich abbauen eigentlich wirklich sehr, da ich, ja, wie soll ich sagen, abschalten kann. Da kriege ich den Kopf so richtig frei, kann über die Gott und die Welt nachdenken. Und da kommt man sicherlich auf ein paar Themen. Wie zum Beispiel, äh, das Leben nach dem Tod. Wie sieht es aus? Das ist natürlich auch ein großes Thema. Das muss eigentlich irgendwann jeden Mal, äh, erreichen. Habe ich, glaube ich, auch schon des Öfteren drüber geredet. Aber, hey, das ist ein Thema, das kriegt kein Bad, das wird nicht alt, aber es muss auch mal so ein Ableben. Ja, irgendwann ist es halt einfach mal soweit, dass man stirbt. Und, ja, wie stellt ihr euch das Leben nach dem Tod vor? Einfach mal vorweg, erstmal Pause ins Video reinhauen, euren Kommentar unten posten, schon mal das Schreiben anfangen. Jetzt nicht unbedingt von mir beeinflussen lassen, was ich sag, sondern, ihr entwickelt eure eigene Meinung. Erstmal, bevor ihr hier meine hört. Also, Pause, runter, Kommentare schreiben. Das wäre schön. Und, ja, jetzt kommt meine Sichtweise. Ähm, um ehrlich zu sein, ich stelle es mir halt wirklich vor. Entweder man wird wiedergeboren und, ja, man ist halt wieder da. Oder, ja, es ist halt das ewige Nichts. Dass man halt sagen kann, ähm, ja, ich kann das irgendwo noch leiblich mitfühlen. Und, äh, ja, irgendwie als Art Geist noch weiterleben. So sehe ich das. So wünsche ich mir eigentlich mein Ableben. Oder mein Leben nach dem Tod, muss ich ja sagen. Ähm, nicht mein Ableben. Mein Ableben kann ich mir leider auch nicht wünschen. Aber so will ich es gern. Ich will nicht von der, von dem Himmel oder von der Hölle reden. Ich will einfach nur noch wissen, dass ich existiere. Keine Ahnung, mir, mir läuft eiskalt den Rücken runter, wenn ich so überlege, so, dass gar nichts wäre. Also, wirklich nichts. Also, dass dann heißt, ja, jetzt ist Schicht im Schacht, jetzt bist du tot, jetzt hast du ins Gras gebissen. Und nach mir die Sintflut, hier kommt nichts mehr. Ja, das, äh, lässt mich erschaudern. Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass es wirklich so wäre, dass man, ja, dann einfach nichts mehr ist. Also, nicht mehr vorhanden. Also, gar nicht mehr. Selbst die Seele nicht, selbst, äh, das Denken nicht. Und das könnte natürlich, da ist die Wahrscheinlichkeit wohl am höchsten, muss man ja offen und ehrlich zugeben. Aber das, das macht mir irgendwo sehr viel Angst, wenn ich drüber nachdenke. Also, deswegen ist mir eine Wiedergeburt oder, oder, oder einfach das Dasein um einiges lieber. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, ob euch das genauso erschüttern oder erschaudern lässt wie mich. Kann ja sein, dass ihr da denkt, ja, pff, gut, dann ist es vorbei. Aber, um ehrlich zu sein, ich habe da echt, echt meine Probleme mit. Gut, ich bin generell jemand, der den Tod sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr komisch gegenübersteht. Ich kann nicht mit dem Finger drauf deuten, was es ist. Aber ich finde, ich verhalte mich dem Tod gegenüber etwas anders als meine Mitmenschen. Also, es ist bei mir relativ komisch. Naja, aber jeder hat da seine eigene Art, damit umzugehen, wenn ein geliebter Mensch von einem geht. Da gibt es von, ja, okay, er ist tot, bis, äh, er ist tot, alles. Also, oder ich will zu ihm mitgehen. Das ist ja auch so eine Möglichkeit. Oh, er ist tot, ich will auch sterben. So gibt es ja auch. Also, es sind so die gängigsten, ähm, Methoden oder gängigsten, nicht Methoden, die gängigsten Szenarien, wenn irgendjemand stirbt. Das ist ja, es ist ja normal. Also, huch, äh, auf einmal fällt hier die Spitzhacke raus. Auch nicht schlecht. Ach, so funktioniert Inventory Tweaks. Ah, okay, der wirft mir im Prinzip den Block hier vor die Füße, dass ich den gleich wieder aufsammeln kann, oder wie? Ja, es erklärt dann einiges. Naja, aber ich weiß ja auch nicht, wie ihr damit umgeht. Geht ihr da auch relativ easy um, oder denkt ihr euch, oh, nee, scheiße, ich heule mir jetzt einen Wolf? Ich bin eigentlich da eher der Typ so, oh, er ist an einem besseren Ort, deswegen ist es kein Trauerfest, sondern ein Freudenfest. Naja, ist bei mir eher immer situations- und, äh, dingabhängig, wie ich halt momentan die Grundstimmung habe. Das muss ich auch sagen, ich trauere nicht immer gleich um, um selbe geliebte Menschen. Also, Leute, die mir ähnlich nahe gestanden sind, da trauere ich unterschiedlich. Ich weiß nicht, wieso, es ist so. Also, bei mir ist nicht immer die Reaktion relativ gleich. Das hat jetzt nichts mit Mögen zu tun, das ist bei mir einfach, wie ich halt gerade selber auch konstituiert bin. Wenn ich gut drauf bin, dann fehlt mir gar nichts. Und, ähm, gut, richtige Weinanfälle oder sowas kriege ich da nicht, muss ich auch zugeben. Wo man aber sagen muss, für einen Mann zu weinen, es kann ja mal vorkommen, ne? Also, es übermannt einen auch die Gefühle, es darf ja auch mal eine Träne fließen. Muss ich mal ja auch sagen. Es muss, man muss nicht mehr das festgefahrene Klischee haben, äh, du bist Mann, du darfst nicht heulen. Das, um ehrlich zu sein, ist so ein, so ein Ding hier zum Heulen. Die sind alle kaputt. Gut, ich will die kaputt machen. Danke. Jetzt habe ich hier halbfertige Spitzhacken hier drin. So. Da kann man ja auch noch ein bisschen was bewerkstelligen mit. So, da, noch ein paar. Aber, um ehrlich zu sein, es hat was für sich, wenn man einfach mal wirklich so dahin bauen kann oder dahin hauen kann. Auch das Schwert ist hier. Das ist ja auch schön. Das ist ja schön. Danke. Endlich. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Dann haben wir wieder ziemlich was hier rausgehauen. Muss man ja auch sagen. So. Hier haben wir ein Pigments. Ich will da Keim aufs Maul geben. Da kriege immer nur ich aufs Maul. So. Zack, zack. Zack, zack. Ah, schön. Kriegen wir ja doch einiges zusammen. Einiges. Naja. Müssen wir natürlich noch ein paar Mal was machen. So. Zack, zack, zack. Ich mache hier jetzt die Kiste randvoll. Dann kann ich von denen schon mal welche wieder mit rüber nehmen. So. Die Näterziegel. Um ehrlich zu sein, ich könnte auch gleich die Steine machen. Die richtigen Ziegel. So. Fertig. Ist halt krass. Man braucht halt wirklich vier Näter, ähm, Näterstein, um hier wirklich einen Näterziegel zu generieren. Das ist schon einiges. Ja. Mäh. Funktioniert super. So. Funktioniert auch. Zack. Zack, 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 zack. Den da auch noch rein. Und die drei mache ich auch noch voll. Dann passt das auch. Dann können die hier noch munter brutzeln. Ich mache mir noch ein paar Spitzhacken. So. Erstmal ein bisschen Holz. Aus dem Holz wieder Sticks. Aus den Sticks mache ich mir Spitzhacken. Wie viele auch immer gehen. So. Ich werde meinen ganzen Eisenvorrat hier total zerlegen. Und werde hier einfach mal, ja, wie soll ich sagen, einfach mal reinhauen. Und da ein bisschen was schaffen. Lass mal da ein bisschen mehr rausbekommen. Weil können wir ja irgendwann gut gebrauchen. So. Einfach mal hier durchhauen. Ich will das eher von hinten jetzt produzieren. Das ist jetzt gleich mal von vorn. So. Ausfackeln muss ich ja die ganze Sache auch noch. Weil sonst wird die ganze Geschichte ein bisschen dunkel. Irgendwann früher oder später wird es halt mal zu dunkel hier. Wenn man doch einiges hier raushaut. Ja. Effizienz wäre schon nicht schlecht gewesen. Muss ich ja auch zugeben. Aber muss ja auch nicht zwingendermaßen sein, dass ich hier gleich andauernd hier hin und her renne. Und einfach mal die Effizienz... Oder mein Level nur verdonner, weil ich hier Neterstein produziere. Oder Neterziegel produziere. Das ist mir jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, wieso, dass ich hier reingegangen bin. Aber die Vorräte tun auch gut. Und so ein Neterziegelgebäude, glaube ich, macht sich recht gut in so unserer Stadt. Muss man natürlich auch erstmal wieder ein richtiges Plätzchen finden. Wo wir das hinstellen können. Das ist ja schon mal die Frage. Natürlich an der Pyramide müssen wir ja auch noch weiter bauen. Da ist ja auch noch nicht so viel passiert. Da muss ja auch noch diverse Räume reingebaut werden. Aber da muss ich mir schlussendlich noch die ganzen Fallen ausdenken. Und das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Aber wir machen sicherlich noch weiter. Also es ist auch so ein Projekt, da will ich schon ein bisschen öfter dahinter sein. Oder ein bisschen öfter mich hinsetzen und da ein bisschen was machen. Damit wir da einfach vorankommen. So, ich muss mich mal kurz umsetzen. So, passiert. Dann ist ja das super. So, die Spitzhacken mache ich hier noch platt. Und dann suche ich mir eine andere Beschäftigung, was ich noch so machen kann. Und, ja, das kriegen wir dann schon nach und nach gebacken. Natürlich stopfe ich mir dann das Inventar mit allem voll, was ich hier so dabei habe. Damit ich einfach mal wieder was in meinem Lager habe. Weil so viel Zeug habe ich von dem nicht wirklich im Lager. Deswegen baue ich auch so selten damit, weil ich nicht so viel auf Vorrat habe. Und dann muss man einfach mal Vorrat produzieren. Dann muss man einfach mal knallharte Fakten auf den Tisch legen und hier arbeiten. Einfach mal arbeiten. So. Normalerweise müsste dann der Ofen auch da vorne ausgehen. So zwischendurch mal, bevor hier alles fertig ist. Weil, äh, Ding ja nur 100 Blöcke schmilzt. Lava. Müssen wir dann nochmal auffüllen gehen. Werden wir aber dann gleich mal hinbekommen. So, ich will jetzt erstmal den Gang hier machen. Dann gucke ich mal nach, wie weit die Öfen sind, wie weit meine Eimer sind. Und dann hole ich mir da geschwind wieder was. not nur gleich mal hinbekommen jeune als ich. Ja.